Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsfahrer. Ich fahre mal wieder Sonntagabend, die Panzer, die ich so ein bisschen nach vorne bringen muss. Und hier haben wir wieder so ein klassisches Beispiel, der T25-2, der kommt mit. K4-3, AFK wahrscheinlich, Jagdpanzer 4 auch, A11, fährt irgendwie eine komische Position. Gut, der ist Tier 6, also Lothier, und ich ihm alleine. Und ich habe auch noch einen FCM, 50 Tonnen hier als Gegner. Grandios, das wird mir wirklich möglicherweise in die Seite schießen wollen können. Und ich dachte mir, naja, okay, wir haben halt einen TVP, einen VTU, also den 3400 oder so als Gegner, die möglicherweise hier drüben auftauchen könnten. An den FCM habe ich jetzt nicht so direkt gedacht, aber er ist natürlich auch mehr so ein Medium und noch dazu ein ziemlich guter, wie ich das hier sehe, also wenn man XVM da in der Situation glauben darf. Richtschütze kaputt beim dritten Treffer und der T25-2, der wird hier nicht viel machen können. Keine Art hier im Spiel, die hier helfen kann. Und wir sind halt wirklich zu zweit auf uns alle eingestellt. Und das ist wieder so ein klassisches Beispiel meines Talents, als dass ich einfach an eine Position fahre, wo ich dann halt sterbe. Liegt der gerade nach? Will der mich hier rammen? Ne, offenbar hat er schon nachgeladen. Ja, großartig. Macht mir richtig viel Spaß heute schon wieder. Na gut, ich hätte mich gewundert, wenn die das hier aus der Hand geben. Also es hat dann doch noch geklappt, auch wenn die sich zeitweilig da unten irgendwie so festgefahren hatten. Aber sie haben sich da aus der Situation befreit und die Sache noch gewonnen, immerhin. Ja, für mich ist es natürlich vom Ergebnis her eher schlecht und ich glaube, ich muss noch eine Runde fahren. Ja, dann fahre ich halt noch eine Runde E50. Das ist der einzige Neuner, den ich gerade fahren will, weil das die Line ist, wo mich der Zehner interessiert. Die anderen, die ich zurzeit so habe, also das wäre der Jagdtiger oder E75, da interessieren mich, ehrlich gesagt, die Zehner nicht so sehr. Die Neuner sind, glaube ich, ganz gut, aber darüber hinaus muss nicht unbedingt sein. Da will ich nicht so viel Zeit reinstecken. Aber der E50M, da glaube ich, dass der ganz interessant sein könnte. Also der könnte mir gefallen. Also jetzt haben wir hier ein Zehner-Gefecht. Wir haben wenig Mediums, sowohl bei uns als auch im Gegnerteam. Die haben Panzerjäger mehr, aber ich gucke immer oben auf Tier 10. Ja, ansonsten relativ gut verteilt, glaube ich. Finde ich eine vernünftige Verteilung. Ich fahre jetzt einfach mal die klassische Medi-Line. Also hier so lang. Ist das klassisch, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also das ist eher hier so der Bereich, der den Medis gehört und die Heavis fahren halt immer hier oben lang. Ich gucke mal, wie weit ich komme und wie weit ich vorfahren will. Das Objekt fährt jetzt da drüben lang. Das ist ganz okay eigentlich. Also ich stehe auch ganz gerne da drüben, um hierher auf mich zu wirken, dann sozusagen. Und ich wirke dann von dort immer auf die, so wie wenn ich jetzt hier hochfahre, um mal zu gucken, dann schieße ich dann mir eine rein von da hier. Ja, T69 kommt mit. Wir sind hier die beiden einzigen auf der Seite. Und wie sieht es im Gegenteam aus? Das ist die Lorraine und die Skoda auch mit hier. Zwei Autoloader, von denen einer aus dem Spiel entfernt wird. Jetzt mit Version 9.15.1. Wahrscheinlich in der kommenden Woche. Aber machen die beiden genug Schaden, um mich jetzt hier rauszunehmen? Naja, werden wir sehen, oder? Müssen wir einfach mal rausprobieren. Ja, bin offen. Drücken wir dem einfach mal eine rein. Um die Kette. Okay, weniger Schaden als befürchtet und als erwartet. Die T69 hat auch ein bisschen was abbekommen. Und von hier geht es halt dann in T4 genau zwischen den beiden durch. Es wird wieder in den Kommentaren stehen, Voxi, lass dir doch mal Zeit, ziehe mal ein bisschen. Und wieso sind die am Rennen? Das verstehe ich nicht. Wieso hauen die ab? Das kapiere ich nicht. Ich meine, wir sind doch hier nur zwei. Oh, ich hoffe, der hat gesessen. Und kommen wir rüber unentdeckt? Oder macht der uns wiederum auf? Sagen wir mal Angriff. Nee, Quatsch. Ach, shit. Drei ist Basis verteidigen. Verdammt. Komm, wir helfen die ein bisschen. Jawoll. T69 ist hinten geblieben. Der könnte ruhig ein bisschen mit vorkommen. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Ich wollte gerade sagen, der lässt sich eigentlich hier hinten runterfallen. Also ich hätte jetzt erwartet, den da unten zu finden. Aber er macht es an der Stelle. Da ist er außerhalb der Ränderreichweite. Die lassen sich hier echt so weit zur Basisverteidigung zurückfallen, um da unten zusammengeschossen zu werden. Ach, schade. Ein verschwendeter Schuss. Und jetzt bleibt hier überhaupt nichts mehr übrig für mich. Das ist im vorigen Gefecht so böse zusammengeschossen worden. Und jetzt ist man auf der anderen Seite, im anderen Team. Und, ähm, ja, bleibt halt nichts übrig. Die beiden Artis vielleicht. Die stehen natürlich hier hinter dem Hügel. Die kriegen die von da oben viel leichter als ich. Eine wird ganz hinten drin stehen. Jetzt spotte ich die noch für den, für die Teamkollegen. Ja, nicht mal selber gespottet. Da kriege ich überhaupt nichts von ab. Nee. Klasse, drei Gefechte. Immerhin 3000 Erfahrungspunkte. Das ist irgendwie doppelt und dreifach. Nee, doppelt nur. Für den ersten Tagessieg. Aber ich fürchte, ich muss noch eine Runde fahren. Irgendwas mit Action. Dann wird es vielleicht doch nochmal ein leichter Panzer oder so. Uh, Kloster in einem Tier-9-Gefecht. Gegen T-54-Light und T-49. Oh, ich weiß nicht, ob ich es mich trauen soll. Und das ist halt eher eine Suicide-Geschichte, glaube ich. Eine Selbstmord-Geschichte. So in die Mitte zu fahren und als unbedingt hinzufahren. Nur um das Kloster zu halten. Ähm. Weiß ich nicht. So, wie ist es, wenn wir nicht hochfahren? Hm. 1390 ist jetzt auch da. Das ist ein Mutz mit hier und keiner will jetzt vorfahren und hier vorm T-49 die Kugel fangen. Deswegen mache ich das einfach mal. Ziele fast. Der ging voll durch ihre Panzer. Ich sehe sie nicht mehr. So. Jetzt mal weg hier aus dem Schussbereich und hoffen, dass der Mutz da nicht nochmal durchguckt. Er steht immer noch hier oben und wartet drauf, da rauszukommen. Da steht der T-54-Light. Der hat es nicht geschafft. Das ist ja zu langsam gewesen. Okay. Ah, Mutz. Nee, guckt nicht durch. Okay. Also guckt nicht drüber weg. Uh. Gefährlich. Äh, da ist, glaube ich, der Spot, ne, wo die rausgucken. Und weg hier. Tja. Gefahr erkannt, Gefahr gewandt ist, glaube ich, das Sprichwort. Ähm, man muss nur ein bisschen früher losfahren, glaube ich. Und sie nicht so viel Zeit lassen, ja. Wir haben eigentlich ein Ungleichgewicht auf der Map. Also die Gegner, die haben ihre Tierneuner hier und wir haben unsere Tierneuner hier. Äh, das ist jetzt die Frage, wer sich gegen wen besser durchsetzt. Also die hier drüben haben sich super in die Zange nehmen lassen. Ich glaube nicht, dass die da rauskommen, lebend. Also Panther macht sich hier vom Acker. Äh, Komet wird hier wahrscheinlich nicht wegkommen. Ähm, Panther vielleicht. Aber kann der da irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die gucken einmal hier rüber. Und, äh, ja. Nehmen dann beide raus. Vielleicht den E1 auch noch. Oder der kriegt jetzt hier von hinten, äh, vom, vom, äh, Light noch rein. Sie haben die Seeschlitze getroffen. Kann ich sie sehen. Live dabei gewesen. Ja, also ich glaube, die lassen sich auseinandernehmen. Und damit haben wir hier die ganze Geschichte auch verloren. Sorry. Oh. 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 Äh, hallo? Entschuldigung. Niemal jemand? Puh, na dann. Ja, da hat tatsächlich mal jemand geholfen. Ähm, wo will er lang? Will er hier lang? Ne. Wollen wir hier lang? Schnappen wir uns noch die Artie? Dafür, dass er mir jetzt geholfen hat. Äh. Schnappe ich ihm die Artie weg. Ne, mache ich nicht. Ich lenke die für ihn ab. Vielleicht schieße ich einmal drauf. Und lasse ihm den Kill. Das ist ja spannend. Wo ist die denn denn? Nicht die Mitte abgehauen. Ja, da oben sicherlich nicht. Das halte ich schon wahrscheinlich. Ja, der T-54 Light, der guckt da rum. Ist auch eine Option. Es wäre möglich, dass sie dadurch geschlüpft ist. Was ich schreibe jetzt, lol. Ja, irgendeiner wird sich schon finden. Ja, war ein ausgezeichnetes Gefechtsergebnis hier. 10.000 Credits. 1.600 die Erfahrung für den ersten Tagessieg. Grandios. Wenn ihr wisst, wo man sich mit einer Artie auf dieser Map dermaßen verstecken kann, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt, diesen Spot zu suchen und vielleicht selbst mal für mich zu nutzen. So, eins müssen wir noch. Also, ein gutes geht noch. Und das mache ich mit einem Zuschauer. Kampfsau im Mutz auf feuriger Bogen. Und vielleicht wird es ja was. Darf ich Sau zu dir sagen? Ja, kann es keine machen. Schweinchen? Ja. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Standardgefecht. Feuriger Bogen. Ähm. Ein bisschen abtauchen. Ähm. Achter Gefecht. Also besser geht es eigentlich nicht. Und in 1375 versucht er passiv irgendwie zu spotten. Und niemand macht was. Keiner tut was gegen ihn. Ja, die Eins- und Zweierlinie ist sowieso komplett verloren. Komplett. Verloren würde ich jetzt noch nicht sagen. Sie ist halt nicht besetzt. Okay. Aber vielleicht vom Gegner auch nicht. Also. Ja, hoffen wir es mal. Lass mal sehen. Uh. Ja. Schießt einer. Aber. Okay. Ein VK30 fährt ja aber. Ich gucke mal nach, ob ich damit er helfen kann. Ich seh sie nicht mehr. Hm. Euer Haupt ist erteilt. Wir haben sie. Ja. War schon riskant gerade die Aktion hier bei mir. Der 30. VK30. Der. Ich meine. Jetzt haben wir ihn. Ja. Er fährt zu aggressiv nach vorne. Der Gegenteil durch ihre Panzerung. Der Gegenteil durch ihre Panzerung. Habe ich noch so viel Schuss im Magazin? Zwei Schuss? Ne. Reicht nicht. Ich brauche hier Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ja. Am X macht es hoffentlich. Die 20 hätten wir kommen. Ich komme mal zu dir rüber. Äh. Ja. Wenn du nicht da oben rumgammeln willst. Berlin. Weißt du. Da kann ich ein bisschen meinen Richtwinkel ausnutzen. FCM ist noch ziemlich voll. Ich habe ja eine Mission. Lechte Panzer 15 bin ich gerade. 5.000 Schaden. Muss ich verursachen. Oder eben beim Verursagen helfen. Wer blinkt? Das ist der T20. Der blinkt hier den UPS 1375 an. Ich gucke mal, ob der da ist. Und ich kann ja dem da sagen, der soll mir nicht angriffen, sondern so. Entschuldigung hier. Der soll ein bisschen rankommen. Ah, da ist er ja. Ja, ich schieße besser als er. So, ich habe aber vom Jagdpanther hingesteckt, leider. Aber auch nur ein kleines Ding. Also geht eigentlich. Ah. Und dann noch einen. Auch wieder vom Jagdpanther. Ärgerlich. Ja, du hast ja, also der schießt extrem schnell. Der steht irgendwo. Hm, warte mal, hier bin ich gestorben. Also hier steht der. Oder da. Okay. So, gucken wir dir ein bisschen über die Schulter. Hast du noch ein Reparaturset? Ja, ne? Jo. Hab ich. Ja, ich würde noch weiter zurück. Du hast halt gerade das Problem, dass dann der Cromwell und der Jagdpanther da auf dich schießen. Ja, ich finde es aber nur traurig, dass der T20 nicht ein bisschen vorfährt. Na, ist ein kleines Stückchen gefahren. Aber ich habe ihn auch nicht so als Sniper in Erinnerung. Also eigentlich. Guck dir ruhig ein bisschen vor. Okay, schönes Ding. Type noch voll, ne? Mit meiner WN8 bin ich auf jeden Fall für diese Runde zufrieden. Wenn wir das noch gewinnen. Und im Augenblick sieht es ja dann nach außen. Dann könnte das wohl insgesamt ein ganz gutes Ergebnis werden. Was machen die Elvis eigentlich denn? Die haben bis eben noch gekämpft auf Mügel. Oh, sehr gut. Das war wichtig auch. Das Ding. Ja, Jo. Schön Amorek. Lass mal lieber den 12T ein bisschen spotten. Also der soll ruhig mal so... Der soll ruhig mal rüber gucken. So, sobald du gespottet bist, kriegst du vom Jagdpanther einen rein. Ja, ist wieder das Problem. Das Altbekannte. Ich kann ja den nochmal ein bisschen anpingen, dass er ruhig ein bisschen vorrückt. Naja. Also du könntest safe stehen halt. Kann sein, dass der Jagdpanther nicht an dich rein kommt. Wird das die Krieger-Medaille? Jetzt geht's los. Von wo kam der Schuss? Man konnte leider auch keinen Tracer sehen. Ich hatte in die Richtung geguckt. In der Hoffnung, dass man das irgendwie sieht. Wenn's ein Krieger... Ein Krieger... Ein Krieger werden soll. Hätte ich zurückgekommen. Dann würde ich wirklich den... Den Clown irgendwie, den... Den Kill-Stil probieren. Ah, okay. Okay, wird nichts mehr. Was war es? Der IS-3. Naja, okay. Der macht halt genug Schaden dafür. Und die steht ganz woanders. Ja, prima. Da haben wir doch meinen ersten Sieg. Achso, ich hab ein gutes Plus gemacht. Und eine Erfolgsmarkierung sogar dazu. Ja, kaum ist einer dabei, läuft's, ne? Vielen Dank fürs Mitfahren. Bist du schön. Bis zum nächsten Mal dann. Nein, Quatsch. Das gilt natürlich nur für die Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mach jetzt einfach mal das Ende des Videos und schneid vorne ran den ganzen Müll, den ich vorher hatte. Also bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig. bis zum nächsten Mal. Jetztonrei. Mit3